Du findest sie in allen Städten dieser Welt. Ohne sie hätten unsere Kinder keine Schulen und unsere Familien kein Zuhause. Wie würde dein Leben aussehen ohne diese Menschen? Wir von Blockleder sorgen seit 1959 dafür, dass diese Frauen und Männer die richtige Kleidung tragen. Wir nennen sie Kunden. Und du, du darfst sie Helden nennen. Und du, du darfst sie!